Die Universität Düsseldorf schwächt ihre Vorwürfe im Plagiatsverfahren gegen Bundesbildungsministerin Schawan offenbar ab. Die Promotionskommission gehe nicht davon aus, dass Schawan in ihrer Doktorarbeit absichtlich getäuscht habe, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Allerdings sehe das Gremium Verstöße gegen die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens und spreche sich weiter für ein Verfahren zur Aberkennung des Doktortitels aus. Darüber will die Universität am kommenden Dienstag entscheiden.